hey leute und willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal und ja leute heute erst mal fröhliches neues jahr wünsche ich euch und ich habe um Silvester um mich hochgeladen weil ich nicht da war und das wurde dann ein bisschen ich hatte erst überlegt ein bisschen Balloon TDS Battle zu bringen also Balloon Tower Defense und ja aber was mache ich hier auf jeden Fall dachte ich mir dann okay wird vielleicht auch ein bisschen langweilig so das die ganze Zeit zu machen oder es war auch am Anfang nicht so einfach da hatte ich ein bisschen Start Schwierigkeiten kennt ihr wahrscheinlich alle und dann dachte ich mir okay drei Tage mal kein Video ist jetzt auch nicht so der Weltuntergang und Leute deswegen mache ich jetzt wieder ein Video und zwar ist Hardcore Wache wieder Back oder wann Luca der Vetter jetzt kriege ich eine WhatsApp ich gucke Star Wars ja ich weiß ziemlich spät aber YOLO okay dann macht das Video ja mache ich gerade und lass erst mal Varo dann Minigames aufkommen okay ähm er spricht nämlich den Stream an der heute geplant ist Leute heute wird ist ein Stream ich dachte schon er schreibt nochmal heute ist nämlich ein Stream geplant ähm von Kilian Luca und mir wir wollen auf jeden Fall heute Hardcore Wache wieder streamen weil Leute es ist eine neue Saison ihr seht schon ich bin nur voll iron und ähm ihr könnt gerne alle auf den Server join ich blende noch mal die IP IP ein wir haben schon Home heißt jeder der mitspielt kann direkt zu uns teleportiert werden und ähm kann dann direkt mit uns Farmen Sachen von wir besuchen uns heute noch eine Base ich laufe hier gerade rum und fang schon mal an vielleicht hier oben eine Base zu bauen oder so müssen wir mal gucken weil wir wollen diesmal eine verstecktere Base bauen die aber geil ist und dann wollen wir vielleicht so ein bisschen keine Ahnung Ränge und ähm Tafel dann wo alle Mitglieder sind dann Ränge unten rein von der Base wäre so keine Ahnung irgendwelche irgendwelchen lustigen Schüsse und ja wir wollen das Projekt wie gesagt wie immer Stream heißt es gibt wieder ein Stream der das ganze Projekt ähm sag ich mal über durchgeht und Leute nächster Reset ist am vierten dritten Leute das sind jetzt genau drei Monate heißt wir können hier richtig geil Farben und Scheiße bauen Leute und die Leben wenn auch immer wieder nachgefüllt heißt ihr könnt erst echt alle mitspielen und mitmachen heute ist der erste Stream voraussichtlich geplant und es würden dann wieder ganz wenn ihr wollt dass wir hier mal ein Highlights Video von machen oder so von dem Stream müsst ihr mir mal schreiben jeden Fall könnt ihr alle mitspielen hier oben euch ein Haus bauen oder so also was heißt hier oben aber ich überlege gerade ob wir das hier zu unserer Base machen sollten weil das sieht schon hart geil aus naja auf jeden Fall hoffe ich ihr seid heute Abend beim Stream dabei und ähm ja vielleicht wird das Projekt auch ein paar Videos haben aber es kommt dann drauf an und ja also Leute ihr seht zurzeit ist das Server sehr voll und es macht auf jeden Fall wirklich Spaß man kann die richtig schön Farben und Dears und alles finden und mitnehmen heißt wir können alle eine richtig schöne Base hier oben und vor allem im Berg bauen so dass wir einfach nicht immer gegrieft werden und so und ja dann hoffe ich natürlich ihr kommt heute alle Abend im Stream bei Kilian oder mir oder so und ja habt dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag bis dahin Tschau